hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen fragevideo und zwar geht es um eine mikrofonauslastung wie man hier sieht ich rede ganz normal und das ganze hat hier in der windows anzeige höchstens drei striche zwei bis ein bis drei striche und man merkt es ja auch oft im let's place dass ich viel zu leise bin ich würde gern wissen woran das liegt also wenn ich mir jetzt mal hier auf die eigenschaften gehe und dann in den pegel dann habe ich den auf 990 gehabt aber jetzt auf 100 das ist ja und dann wenn ich jetzt schreien würde dann geht er auch nur auf vier striche hoch und ich verstehe nicht warum es bleibt einfach immer leise und das ist mein problem deswegen würde ich gerne wissen von euch wissen wenn ihr wisst wie man das ganze lösen kann das problem dann schreibt das doch bitte in die kommentare das wäre wirklich sehr nett ja danke fürs zuhören dank für das problem anhören jetzt habe ich hier ein usb gerät angeschlossen egal so ja hat man jetzt wieder gesehen vier striche tschüss